Wir betreiben mehr als 700 Hektar, 425 mit Weizen, Raps und Gerste und 300 mit Grobfutter. Darüber hinaus haben wir 420 Kühe. Mein größtes Interesse liegt jedoch beim Pflanzenbau. Wir haben Pflanzenbau gewählt, weil es mit Kühen sehr gut zusammenpasst. Wenn wir am 1. März anfangen, sind unsere Maschinen stets in Betrieb mit Mais, Gras oder Getreide. Alle Maschinen werden optimal ausgenutzt. Wir müssen unser Getreide aufbewahren können und sichern, dass das Getreide getrocknet werden kann, weil wir viel Regen haben. Erst kommen 80 Hektar Raps in die Silos. Raps muss innerhalb von einer Woche getrocknet werden und weil wir den Raps mit dem Umrührsystem rühren und Wärme hinzufügen, können innerhalb von einer Woche 6% trocknen. Wir befüllen die Silos mit einer Westfield-Getreideschnecke, eine besonders effektive Schnecke. Es geht ganz schnell. Erst haben wir ein Silo gekauft und hatten gute Erfahrungen damit. Dann haben wir ein zusätzliches Silo gekauft und wir können jetzt unser Getreide hier behalten. Meiner Meinung nach ist es ein gutes Geschäft, das Getreide zu behalten. Wir fangen bei einem Wasserinhalt von 23% mit der Ernte an. Eine Heizquelle wird hinzugefügt, das Getreide wird getrocknet und wir verkaufen dann das Getreide, wenn der Preis richtig ist. Die Entleerung der Silos ist auch ganz einfach. Die Lkw-Fahrer sorgen selbst dafür. Wenn wir die Silos befüllt haben, gibt es für uns praktisch keine Arbeit mehr. Das Getreide hat eine gute Qualität, weil wir das Getreide umrühren und gleichzeitig trocknen. Die Zusammenarbeit mit Denkorn war äußerst positiv und effizient. Die Silos wurden schnell errichtet. Wir hatten guten Kontakt mit Denkorn. Wenn wir anrufen, wird sofort darauf reagiert und wir erleben einen wirklich guten Service. Wir werden später einen weiteren Silo kaufen und dieses Silo wird auch von Denkorn sein. Damit können wir auch unseren Raps, der jetzt auf Flachlager aufbewahrt wird, in einen Silo füllen. Wir werden später einen Silo füllen.